Ins Kino gehen und dadurch Bäume pflanzen? Ja, das geht wirklich. Konstantin Film hat das berühmte Buch Das geheime Leben der Bäume von dem Förster und Autor Peter Wohlleben verfilmt. Gemeinsam mit Ecosia, eine Suchmaschine mit der man Bäume pflanzen kann, wozu demnächst auch ein Video kommt auf diesem Kanal, haben sie die Aktion gestartet, dass sie für jedes verkaufte Kinoticket einen Baum pflanzen. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung. Vorab, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber weiß, dass es eine Message zum Nachdenken beinhaltet. Diese Message mit wunderschönen Naturaufnahmen wird euch in dem Film erwarten. Ich werde auf jeden Fall ihn mir anschauen und hoffe, dass ihr auch in den Film geht. Der Trailer von dem Film ist hier in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß beim Gucken.